So, willkommen zurück bei Let's Play Arkham Asylum Batman und... Halt, Batman, du sollst dich feilen lassen, auch wenn du dir nichts brechen kannst. Äh, nachdem ich da oben leider enttäuscht wurde von dem, was ich gerne gehabt hätte. So, und jetzt nochmal, darum wurde ich leider von der Trophäe enttäuscht, weil ich dachte, da seien einen und dann war doch keiner da und... Naja, irgendwie ein K.O. Was soll diese Manschette da? Warum macht die so ein Geräusch? Das ist die Selbstmordmanschette, aber es klingt merkwürdig. Selbstmordmanschette? Es lacht. Die heißen irgendwie anders, aber egal. Wir benutzen sie, um den Herzschlag der Patienten zu beobachten. Und wenn er zu schwach wird, geht der Alarm los und das Rettungsteam stürzt rein. Meine Crew könnte das auch erledigen. Na, wie gefällt dir das, Fledermaus? Stehst da herum im... Man sieht einen... Nestflügel. Ja, gut traken. Sie werden schon da, wenn sie Crash nicht ein bisschen Vernunft beibringen würden. Weißt du was? Ich werde die Überraschung nicht verderben und ihnen sagen, dass du kommst. Oh Gottchen, Gottchen. Der ist und bleibt verrückt. Haben wir hier irgendwas Interessantes drin? Ne, ich komm hier noch nicht mal komplett rein. Aber ja, die Selbstmordmanschette hört sich merkwürdig an wie ein Lachen. Kann man das auch irgendwie abschalten? Da oben ist sowieso versperrt. Da ist eine Wand. Das heißt, es geht hier rein. Oh Gott, ich weiß nicht. Ich rede nicht. Hm. Ich bin schon auf dem Weg nach oben. Sie sind entgegen, dass es so gut zu lösen. Und du möchtest nicht herausritten, wie Sie das achten. Hm. Komm. Weg hier. So, erstmal hier hoch. Währenddessen kommen die mal schön alle angerannt. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Ich stürze rein und verpögele jetzt jeden. Und sterbe dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit. Oder ich bleibe hier und, naja, warte, bis sie sich geteilt haben, damit ich sie wieder fertig machen kann. Würde ich ja gerne, aber wenn ich es jetzt schon mache, bin ich tot. Okay, den da auf jeden. Nicht. Den da hinten. Okay, der schaut nicht in unsere Richtung. Der auch nicht. Was machst du da? Und hier rüber. Haha. Und damit wäre schon der Nächster ausgeschalten. Ha. Schaut zu, wie er da so schön hängt. Wie macht er das? Wie. Was hält hier los? Eine Kugel an einem Christbaum, weil ich nicht Lampe sagen wollte. Aber sie ist auf jeden Fall nicht an. Wir kommen, wenn die Fäder von tot ist. Warte, ich komme mit dir. Ich habe euch ein paar einfache Aufgaben gekauft. Sind die mittlerweile schon unten. Ja. Hm. Hm. Bam. Bam. So, nächster Leg. Wo ist das nächste Halbzübuch? Die haben keine Chance, wie die Schiss haben. Aha, da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Okay. Da sind nicht so viele zum Aufhängen da, aber... Jep, lasst ihn dort. Versucht mich zu finden. Die werden langsam richtig nervös. Na los, geht um die Ecke, damit ich mich um den da kümmern kann. Bam. Und da hoch. Uuuuuh. Man, am Boden, da liegt einer. Schon wieder einer K.O. Mann, die sterben hier wie... Ne, die gehen hier K.O., wie die fliegen. Oh, jetzt werden sie langsam richtig nervös. Hier bin ich. Hier bin ich. Komm, nur ruhig näher. Komm. Komm. Der Enten ist schon fast verschwunden. Nur du, komm, 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 komm. Hallo. Hey, geh von mir runter. So, und jetzt noch den Letzten. Bam. Damn. Keiner hat's gemerkt und das super gemacht. Brav, da mal. Hey, Batman. Hier drüben. Hallo. Okay, dann auf ins Büro. Das macht sie wichtig. Ja, was Joker haben will, kann nur gefährlich werden. Ich seh nach, ob jemand da ist. Mal, ob noch jemand lebt. Na ja, also, ihr Büro ist da. Daher gehe ich davon aus, ist das die richtige Seite. Okay. Danke für die Hilfe, vorne. Da eventuell hier durchkomme. Hallo. Das sieht aber nicht wirklich sicher aus. Wieso glaube ich das nicht? Ganz zu schweigen, neue Armee von Clowns. Die können alles auseinandernehmen. So, und ich bin jetzt. Ganz einfach. Ich mach's nicht, weil, na ja, wenn ich's machen würde, wäre das Spiel schon zu früh vorbei. Daher, hm. Okay, da ist noch einer. Riddler Herausforderung 5 Zähne. Falls sich wer fragt, für jedes Gebiet werden die Zähne einzeln gezählt. Da, 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 da. So. In dieser dunklen, nachts-sichtähnlichen kann man einfach besser sehen. Die aus... Die aus... Die Riddler Trophäe, kenn' ich noch. die ist hier. Die sollte allerdings jeder finden. Und hier rein. Jede Sekunde heißt so viel wie jetzt wird erstmal eine kurze Pause gemacht. Hmm.